Tesla wird in drei Tagen ein neues Produkt vorstellen in China, das schauen wir uns heute im Detail an und ich habe noch weitere Nachrichten für dich vorbereitet. Mein Name ist Marian, es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du neu hier bist oder noch nicht abonniert hast, lass gern ein Abo da, das hilft diesem Kanal. Und wir starten rein mit dem Thema Batteriefabrik, denn die Batteriefabrik in Amerika, da gab es eine riesen Diskussion drum, wenn es um Kattel geht, dem chinesischen Hersteller. Jetzt hat man hier eine Lösung gefunden und diese LFP Batterie ist ja unglaublich wichtig, auch für Einstiegsvarianten, für einen kleineren Tesla. Und vielleicht baut man auch solch eine Batteriefabrik in Zusammenarbeit bald in Europa, das müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall wird Kattel die Technik liefern, das Wissen liefern und Tesla soll wohl dann eine Fabrik bauen. Somit kann man diese ganze politische Situation zwischen Amerika und China umgehen. Und was die anderen Fabriken betrifft, wir wissen ja, Batterien werden in Nevada hergestellt. Es gibt eine Batteriefabrik in Austin, Texas, in Grünheide ja auch, auch wenn sie noch nicht läuft. Und es gibt natürlich auch in Kalifornien eine Batteriefabrik mit der neuen Batterie, die Tesla dort produziert. Also es wird immer mehr um Batterien gehen und das auch, weil es wahrscheinlich um den Energiesektor geht, denn das ist nämlich das neue Produkt. Wir können es ein bisschen versteckt unter diesem Vorhang sehen, dass es sicherlich kein Auto ist. Es würde aber ein Energieprodukt sein. Und wir wissen ja bereits, dass in Europa das Thema Speicher, das Thema erneuerbare Energien, Photovoltaikanlage und das dann inzwischen zwischenspeichern, da sind Unternehmen wie BYD ja auch sehr beliebt. Und Tesla hat hier im europäischen Markt noch fast nichts auf die Beine gestellt. Und es könnte jetzt also interessant werden, was Tesla hier in drei Tagen in China vorstellt. Ob dieses nur für den chinesischen Markt ist, ob es sich hier vielleicht auch um eine neue Wallbox handelt, das wird nämlich auch vermutet. Und ob Tesla hier die Möglichkeit hat, dann auch von China im Export dieses Produkt nach Europa zu bringen. Skalierung ist in China auf jeden Fall möglich, daran wird es sicherlich nicht scheitern. Und erinnert euch, vor wenigen Tagen hatte ich mal darüber berichtet, dass man neue Gerätschaften in diese Fabrik hier in Shanghai gebracht hat. Und das könnte auch schon darauf hindeuten. Also es wird sehr, sehr spannend. Leider wahrscheinlich nicht ein neues Auto, wie sich ja alle erhoffen würden. Aber zumindest im Energiesektor und der ist genauso wichtig wie Elektroautos, wird hier sicherlich dann in drei Tagen etwas bekannt gegeben. Also das wäre dann genau gesagt am Montag. Also können wir mal gespannt sein, was Tesla hier genau vorstellen wird. Der Preis wird am Ende natürlich auch wieder entscheidend. Für viele Leute vielleicht gar nicht so bekannt. Tesla zieht sich ja die Daten von Google, wenn es um die Routenplanung geht. Aber was sie auch machen, und das ist vielleicht gar nicht so vielen Leuten bewusst, sie nehmen sich die Daten erstmal und dann arbeitet die Kamera, dann arbeitet das ganze Auto daran, Dinge zu erkennen. Das heißt, wenn du eine Route fährst, kann es sein, dass mit Software-Updates eben halt diese Route immer besser wird. Er wird vielleicht nochmal Schilder erkennen oder er wird irgendwelche Unebenheiten auf der Straße erkennen. Das ist tatsächlich aber erst in Amerika nur möglich. Und man sieht daran, dass Tesla die Daten, die sie von Google sich ziehen, auf ihre eigene Cloud ziehen, dann das eben halt dir als Kunde zur Verfügung stellen und dann aber auch noch neue Sachen hinzufügen. Und das wird dann auch im Hintergrund als Source-Code entsprechend hinterlegt. Man sieht das ganz gut, das kann auch mal ein Zebrastreifen sein und das können auch viele andere Sachen sein. Das heißt, sie nehmen die Basis von Google und machen darauf basierend dann das Ganze sogar noch viel besser. Und das ist etwas, was Google wiederum ja nicht hat. Google müsste ja jetzt alles nochmal scannen, so wie sie das mit den Autos eben halt machen, um diese Daten zu haben. Tesla nimmt das aus den bestehenden fahrenden Autos und das ist auch etwas, was ARC Invest nochmal festgehalten hat. Wir haben ja nicht nur das autonome Fahren, auch wenn das jetzt in Europa noch nicht der Fall ist, aber wir haben allgemein so viele Daten, die mit den Tesla-Autos gesammelt werden, dass natürlich Tesla es hier schaffen kann, die ganze Sache, die Google ja macht als Google Maps, noch viel besser darzustellen, weil sie jeden Tag diese Kameras haben, jeden Tag die Daten haben, was hier entsprechend auf den Straßen passiert. Und das eben halt nicht nur mit Mitarbeitern, sondern eben halt mit Kunden, die entsprechend weltweit um die jeden Tag ihre Strecken fahren. Und das sind jetzt in diesem Moment schon 2,7 Millionen Tesla-Autos und das darf man nicht unterschätzen, weil es jeden Tag mehr werden. Dann haben wir ja noch das Thema Trucking-Business von Tesla. Da gab es in der letzten Zeit ja so ein paar Aufnahmen, dass die stehen geblieben sind. Jetzt wissen wir inzwischen, dass es nicht an dem Auto oder diesem Truck selber lag, dass die Technik selber nicht möglich ist oder die Batterie leer gelaufen ist, sondern es ist wohl, dass wenn ein Software-Update gibt, es hier einen Glitch gibt. Das heißt, ein Software-Update sorgt dafür, dass Tesla hier diese Sachen abschleppen muss und das wird wohl hoffentlich zeitnah behoben. Deswegen handelt es sich also hier in diesem Falle um ein Software-Glitch. Ein weiteres Problem, ich nenne es jetzt mal ein Problem, ist das Thema Versicherung. Denn alle Leute, die eine Versicherung von Tesla haben, werden ihre Rate anhand ihres Fahrverhaltens berechnet bekommen. Und das ist natürlich so ein bisschen eine kritische Geschichte, denn hier ist zum Beispiel mal ein Beispiel. Dieserjenige hat immer jeden Tag Nachtschichten und wird dafür bestraft, obwohl er gar keine Unfälle tätigt. Aber die Statistik sagt, dass man nachts eben halt mehr Unfälle macht und somit wird seine Rate erhöht. Und lasst mich mal gerne wissen, was ihr zu dem Thema denkt, weil das ist nämlich noch schon ziemlich hart, wenn jemand wirklich jeden Tag nachts arbeitet. Im letzten Update kam auch noch die Option übrigens Manual dazu. Also das Handbuch kannst du jetzt dann auch übers Menü finden im Update 2023.6. Und dann noch ein anderes Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt, ist natürlich das Thema Rohstoffe. Für die Batterieproduktion werden eben halt viele Rohstoffe gebraucht und es ist natürlich wichtig, dass man von den Rohstoffen, die eher nicht so oft vorkommen, wegkommt. Das Wichtigste ist natürlich Lithium. Das kann man eben halt überall auch finden. Aber wir sehen, dass die Chinesen hier vor allem in Afrika doch sehr stark in den Markt reindrängen. Es ist gar kein Geheimnis. Das ist ja jetzt seit Jahren bekannt. Aber sie wissen natürlich ganz genau, was für die Elektromobilität gebraucht wird. Da sind jetzt natürlich auch Sachen dabei, die für die Elektromobilität nicht so wichtig sind. Aber einfach die Investitionen, die hier in die Minen geflossen sind und der Einfluss, der dadurch entstanden ist in Afrika, nicht in Amerika, der ist einfach sehr, sehr groß. Und das ist natürlich schon ein bisschen besorgniserregend, vor allem, wenn es auch dann um die Elektromobilität geht. Wir wissen auch, dass in China die Standards für Verbrennerautos jetzt angehoben worden sind. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass noch mehr Leute Elektroautos kaufen. Aber mit den großen Batterieproduzenten wie Kattel, die haben natürlich die Möglichkeit, die Rohstoffe auch dann entsprechend von dort zu bekommen. Was Grünheide betrifft, wir sind in den letzten Zügen. Heute ist der 31.03. Es wird also sehr spannend werden, was Tesla nächste Woche bekannt geben wird. Wie viele Autos hat man ausgeliefert? Die Schätzungen laufen zwischen 430.000 und 450.000 Autos. Man muss sich das mal vorstellen, das hat Tesla vor wenigen Jahren noch nicht mehr in einem Jahr geschafft. Das, was sie jetzt in einem Quartal produzieren, das ist doch schon eine Hausnummer. Und es gibt auch immer mehr Berichte, dass jetzt immer mehr Leute auch wieder ein Model Y kaufen. Vor allem der Export wird jetzt auch wieder beginnen. Und wir werden auch wieder sehr, sehr viele neue Schiffe aus China bekommen. Also es bleibt spannend. Es freut mich, dass du wieder dabei gewesen bist. Wenn du neu hier warst und nichts mehr rund um das Thema Tesla verpassen willst, lass gern ein Abo da. Ich freue mich drauf. Bis dann.